Also zugegeben schaue ich regelmäßig Ninja Warrior im Fernsehen und ich denke mir immer, so schwer kann das doch nicht sein. Irgendwie juckt es mich immer in die Finger und ich habe jetzt in Regensburg jemanden gefunden, der hier sogar diese Ninja Warrior Kultur als Wettkampf in die Dungstadt bringt. Das ist die Lisa und die zeigt mir heute ihren persönlichen Ninja Parcours. Musik 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 Wow, was mich jetzt passiert. Musik 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 die Füße mitnehmen, also jetzt hängst du zum Schluss drinnen und verhasst es dich. Zieh dich hoch, komm, nimm den unteren Fuß auch mit, fest umgreifen, umgreifen, Daumen. Dann lässt du aus und jetzt lass aus. Noch einmal ran, so und jetzt schau, dass du Schwung holst mit der Hüfte und zurück und zurück und schau mal, dass du rübergreifst. Schau, dass du da rüber gehst, nach rechts. Ich glaub nicht, dass ich das... Probier's! Wenn's nicht mehr geht, das tut ziemlich weh. Brutal! Gruber! Uwe ga WEIR! Vielen Dank.